Puff, ich sterbe vor Hunger. Dein nächster Trick, ein Cosmo-Toast. Das habe ich nicht gemeint. Und das Schlimmste, ich habe dazu kein Getränk. Käse-Toast. Ich bin fast da. Okay, du schuldest mir eine Ecke. Heute tunken wir diesen Käse-Toast in einen kochend heißen Topf Schokolade. Sieh mal, Wander, ich bin im Fernsehen. Ja, Schokolade! Ich war satt, dass man mich ständig essen will, da habe ich mich schlau wie. Ich bin in einen leckeren Hundeknochen verwandelt. Oh, Hundeknochen? Oh nein, nicht die Kruste!